Musik Und wieder Temmwiese, entscheidend dazwischen. Die Revo, Riesentat von Wiese, 41. Minute, also das war von Tim Wiese schon eine irre Nummer. Oder einer eine Glanztat vollbringt wie Tim Wiese, der Elfmeter-Töter. Die Revo und ein Riesensatz, die ganze Wieselänge von 1,93 Meter. Und da ist schon wieder Wiese. Musik Gebt mir ein W! Gebt mir ein I! Gebt mir ein bisschen ein E! Gebt mir ein S! Und gebt mir noch ein I! Jeder von der Vorrat, jeder von der Vorrat, jeder von der Vorrat, für den Schiff! Wiese! 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 Da kannst du nicht durchsetzen, das ist doch das Tor! Nein! Oh nein, klasse Parade von Wiese! Erst Johannson, dann Wiese, dann Nordrhein, dann wieder Wiese, Wiese! Einfach klasse! Währends Klasse Bandarabe, klasse Eberon, klasse Wiese! 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 Oh ja, doch, kann es tatsächlich auch geben. Halte ich CDU. Käpt'n Rossi schießt ihn, er schießt! Tim Wiesel pariert den ungenauen Schuss des Weltmeisters. Der Start-Penalty wurde wirklich schießt von Tim Wiesel. Der Spieler hat eine super schaffe. Von Jorginho ist der Spot-Kick. Das Duell hustet gegen Wiesel, zuerst gewinnt Wiesel! 3 Elfmeter! Der Alte von Tim Wiesel! Liebe Zuschauer, tun Sie mal wie er abgeht! Den können Sie heute nicht beeinflussen! Gegen den Elfmeter, Tim Wiesel! Und Wiesel hält enorm! Edoardo, der verwandelt zuletzt gegen Hertha Wiesel! Gegen Wiesel und der beste Bremer Held! Spektakuläre Szene, eine von vielen Leuten! Tim Wiesel so schnell wie sonst keiner heute in der Bremer Abwehr! In der Bremer Abwehrabwehr bไป 245 % Und Wiesel ist jetzt die Welt! Und Wiese, Wiese, dritte Tier. Wie geht es? Wiese, Weltklasse. Also das war richtig Weltklasse. Aus kürzester Distanz. Aber jetzt möglicherweise schon 1.02. Wie auch, Wiese. Fußab für Wiese. Wiese, 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 Wiese. Wiese, 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 Wiese. 1 mit Sternchen. Der schimpft in seinen Vorderreuten, hat schon dreimal großartig pariert. Wiese, der hier das 4 zu 1 durch Peres verhindert. Das sichere 4 zu 1 verhindert. Der hier das 4 zu 1.02. Der hier das 5-0.02. Der hier das 4 zu 1.03. Der hier das 4 zu 1.03. Und entdeckt er eine bisher unbekannte Form. Der Klappskomper. Der Klappskomper. Der Klappskomper. Der Klappskomper. Der Klappskomper. Und Tim Wiese. So spielt einer, der Selbstvertrauen hat. Scheitert dann aber am überragenden Tim Wiese. Der Klappskomper. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020